Kapitel 27, Offenbarung 12 Offenbarung 12 behandelt die Zeit der 70. Jahrwoche. Dort werden Menschen beschrieben, die vor dem Antichristen und vor dessen Belagerung Jerusalems in die Wüste geflohen sind. Diese Flüchtenden versucht der Antichrist zu töten. Aber es gelingt ihm nicht, weil die Erde ihren Mund auftut und die Flut verschlingt. Danach wendet sich der Drache, der Antichrist, gegen die übrigen, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Diese Verse sind schwer zu verstehen und es gibt hierzu auch äußerst viele Interpretationen und Vermutungen. Auch diese Verse müssen aber im Gesamtzusammenhang der Bibel und insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was wir oben erarbeitet haben, eingeordnet werden, damit wir nicht ebenfalls ins Spekulieren verfallen, sondern die Schrift mit der Schrift auslegen. Wie wir schon gesehen haben, ist die 70. Jahrwoche in zwei Hälften unterteilt. Die erste Hälfte dauert genau dreieinhalb Jahre bzw. exakt 1260 Tage. Die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche hingegen dauert etwas länger als dreieinhalb Jahre. Denn für diese zweite Hälfte nennt die Bibel mehrere taggenaue Fristen. 1290 Tage, 1300 Tage, 1335 Tage und mehrere ungefähre Fristen, wie zum Beispiel 42 Monate, zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit und sogar dreieinhalb Tage, ein Sinnbild für dreieinhalb Jahre. In Kapitel 12 der Offenbarung werden offensichtlich zwei Fluchten erwähnt, denn hier wird sowohl eine Frist von 1260 Tagen als auch eine Frist von einer Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit, also nur ungefähr dreieinhalb Jahre, beschrieben. Diese Unterscheidung können wir jetzt verstehen. Fassen wir also jetzt das Kapitel 12 in eine Tabelle und erläutern die Verse vor dem Hintergrund dessen, was wir bereits wissen. Offenbarung 11 Vers 1 Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, ein Weib, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen. Das ist unmittelbar vor Beginn der 70. Jahrwoche. Die Frau deuten wir auf Jerusalem, denn sie war schwanger. Vergleiche Vers 2 Vers 2 Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Das ist am Beginn der 70. Jahrwoche die erste Belagerung. Jerusalem kommt während einer militärischen Belagerung durch den Antichristen in Geburtswehen. Vers 3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer roter Drache. Der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Das ist ebenfalls am Beginn der 70. Jahrwoche, denn Kapitel 12 läuft parallel im Himmel und auf der Erde ab. Der große rote Drache steht sinnbildlich für das Endzeitreich des Antichristen. Es hat sieben Häupter, die Neoseleukiden, und zehn Hörner, die Neodecapolis. Vers 4 Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräse. Das ist ebenfalls am Beginn der 70. Jahrwoche. Erste Belagerung. Die Sterne stehen sinnbildlich für Ephraim, das Nordreich Israels, das im Bund mit dem Antichristen ist und in der Endzeit von Gott abfällt. Der Drache tritt vor die Frau, das heißt, er belagert Zion. Vers 5 Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Das ist ebenfalls am Beginn der 70. Jahrwoche. Erste Belagerung. Zion gebiert einen Sohn, der alle Heiden weiden soll mit eisernem Stab. Das ist Christus. Weil aber Christus und seine Gemeinde, wie wir oben gesehen haben, aufs allerengste miteinander verbunden sind, fasst der Vers hier Christus und die Gemeinde zusammen. Das ist nur vor dem Hintergrund dessen, was wir oben aus der Bibel festgestellt haben, zu verstehen. Es ist ein sehr stark verklausuliertes Bild. Christus regiert dereinst alle Nationen als König. Aber seine Gemeinde, die nach der Entrückung mit Christus vereint werden wird, wird im tausendjährigen Reich die Heiden ebenfalls weiden. Das Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Das gilt für Christus. Denn er wurde nach seiner Auferstehung in die Wolken entrückt. Und das wird auch für die Leibesgemeinde Jesu Christi aus Jerusalem gelten. Auch sie wird am Ende der 70. Jahrwoche entrückt werden. Hierauf gibt dieser Vers eine Vorausschau. Dieser Vers ist nur sehr schwer zu entschlüsseln. Vers 6 Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde, 1260 Tage. Das ist während der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche. Ein Teil der wiedergeborenen Menschen flieht aus Judah in die Wüste, wo sie sich die erste Hälfte der Jahrwoche, nämlich 1260 Tage lang, versteckt halten. Vers 7 Vers 7-9 Das ist in der Mitte der Jahrwoche. Das ist in der Mitte der Jahrwoche. Der Himmel ist vom Satan gereinigt. Jetzt kommt die Herrschaft Christi. Sie beginnt im Himmel. Aber es dauert noch bis zum Ende der zweiten Hälfte der Jahrwoche, bis Christus und seine Heiligen vom Himmel herabkommen und Jerusalem von der antichristlichen Herrschaft befreien. Vers 11 Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das ist in der Mitte der Jahrwoche, die zweite Belagerung und Eroberung Jerusalems. Diese Stelle gilt insbesondere für die beiden Zeugen. Der Drache in Form des Antichristen stürmt gegen Jerusalem, bricht in die Stadt und tötet die beiden Zeugen, die um Christi willen den Märtyrer-Tod sterben. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Vers 12 Das ist zu Beginn der ersten fünf Monate der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Nun läuft die zweite Hälfte der Jahrwoche, denn der Teufel kommt auf die Erde und weiß, dass er wenig Zeit hat. Jetzt beginnt für fünf Monate lang die okkulte Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Jerusalem. Er hat wenig Zeit, denn die ganze Sache dauert nur fünf Monate, beziehungsweise längstens für die Dauer der zweiten Hälfte der siebzigsten Jahrwoche. Es ist eine verkürzte Zeit. Vers 13 Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte. Das ist in den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Der Drache, in Form des Antichristen, kämpft gegen Jerusalem und gegen die vor ihm in die Wüste geflohenen Christen. Vers 14 Das ist zu Beginn der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Eine zweite Flucht von Christen aus Jerusalem erfolgt. Sie flüchten vor der zweiten Belagerung Jerusalems durch den herannahenden Antichristen ebenfalls in die Wüste. Nun für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. An dieser Formulierung wird deutlich, dass es sich jetzt um die zweite Hälfte der Jahrwoche handelt, denn hier ist nicht mehr von 1260 Tagen die Rede. Es gibt offensichtlich eine zweite Fluchtwelle. Jesus erwähnt dies in seiner Endzeitrede, wenn er sagt, dass die, die in Judah sind und den Gräuel der Verwüstung dort stehen sehen, wo er nicht stehen soll, nämlich in Jerusalem, in die Wüste fliehen sollen. Vers 15 Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufte. Das ist in den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Offensichtlich werden die Truppen des Antichristen mit einem Wasserstrom verglichen. Er sendet eine große Anzahl von Soldaten hinter den in die Wüste Geflüchteten her. Vers 16 Das ist ebenfalls in den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Es ist ein Hinweis auf den kommenden König des Südens, der Jerusalem einnimmt und die dortige Herrschaft des Antichristen und des falschen Propheten nach fünf Monaten unterbricht. Der Feldzug des Antichristen gegen die in der Wüste Versteckten wird vom angreifenden König des Südens unterbrochen und verhindert. Das ist unter Umständen die kleine Hilfe, von der in Daniel 11 steht. Vers 17 Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Das ist zu Beginn und fortdauernd während der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Weil der Überfall auf die in der Wüste versteckten Christen misslingt, wird der Antichrist zornig und verfolgt alle Christen, die sich im restlichen Israel oder in seinem Reich bzw. andernorts auf der Welt aufhalten, für die verbleibende Zeit der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. An deren Ende kommt Christus wieder, vernichtet den Antichristen und richtet sein Reich auf. Untertitelung des ZDF, 2020